Hier sind so viele Bäume. Wunderschön, oder? Ist auf jeden Fall nicht Boston. Wir sind da. Na und? Was sagst du? Wow. Das gehört alles uns? Sie haben uns sogar einen ganzen Wald als Garten dazugegeben. Es war ein Mythos. Für die Kids war es eine Mutprobe, nachts in den Wald zu gehen. Sie kannten die Macht des Waldes. Und sie fürchteten sich davor. Dieser Wald gehört zu etwas anderem. Der Boden ist böse. Vielleicht ist es nur eine verrückte Sage. Aber irgendetwas geht vor in diesem Wald. Etwas, das Dinge wieder zurückbringt. Manchmal ist es besser, tot zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.